einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge medievale dynasty schön dass ihr wieder dabei seid wir haben ein bisschen was zu tun mal wieder wir sind erstens überladen schlimm ist es aber nicht unbedingt schrecklich alles gut wir lagern erst mal ein bisschen ein und dann glaube ich wenn ich mich richtig erinnere es ist jetzt ein paar tage her wenn ich mich richtig erinnere müssen wir noch unsere jagdhütte reparieren da war was so aber wie gesagt jetzt erstmal hier kurz einlagern ein paar sachen sind die hier geht auch mal weg nun samen haben wir noch bekommen wir können auf jeden fall wieder ein bisschen verkaufen gehen so wunderbar das sieht doch in ordnung aus ich weiß gerade nur nicht warum wir so überladen sind wo ist das gewicht die eisenechse 7 die große achse ja okay okay ich sehe es ich sehe es aber gut die holzhacke auch der holz sperr ja durchaus aber sonst naja geht ne passt schon recurve bogen haben auch noch wir müssen noch zu albin auf jeden fall so jetzt achso warte wir nehmen uns gleich mal ich weiß ja nicht was genau kaputt ist aber ich vermute mal wir werden baumstämme brauchen und vielleicht paar stückchen mal gucken stroh haben wir ja zum glück genug steine denke ich mal nicht dass wir brauchen so nehmen wir mal noch vier stück hier mit und dann dann schauen wir uns das mal an dann doch dann war mal ein bisschen herum und gucken mal was da genau los ist bei der jagdhütte so reparatür wo brennt es denn ah das dach ist noch kaputt okay so jetzt aber oder jetzt passt das wieder schwanger 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 jawohl ja jetzt ist die jagdhütte wieder in ordnung und hier passt auch alles super tippidi toppidi wunderbärchen so dann gehen wir mal ganz kurz was trinken am see und dann schauen wir mal was wir machen ich habe in den kommentaren gelesen es wäre vielleicht noch mal ganz schlau einen dritten holzfäller einzustellen ich meine die nacht kommt ja bald glaube ich ja so ein dritter holzfäller ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt sagen wir es mal so je mehr holz wir haben desto besser wir können natürlich auch erstmal upgraden das wäre eventuell auch eine idee die scheune die scheune kann ein upgrade vertragen vielleicht machen wir das erst mal zack vielleicht machen wir erst mal die upgrades so 48 12 12 baumstäbe let's go erst mal upgraden wir haben ja glaube ich noch einige andere upgrades vielleicht sollten wir da erst mal in der hinsicht ein bisschen arbeiten erst mal upgraden und dann neues zeug bauen ne ist vielleicht nicht die blödeste idee aber ja der holzfäller ist ne ist ganz 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 feine ist ein ganz feiner vorschlag gewesen eigentlich weil wir haben ja eh noch ein 17 11 15 sound gibt es heute auch wieder nur im dlc im premium dlc pack also sound haben wir ja aber halt keine musik naja naja 15 stück das geht ja alles relativ fix auch wenn der hammer schon wieder gleich im eimer ist haben wir da noch einen dabei wahrscheinlich nicht kann man einen herstellen ja auch wenn es uns ein holzstamm kostet gerade aber den werden wir brauchen in wenigen sekunden der pfeift aus dem letzten loch der schlingel so genau da ist er kaputt so ein holzstamm fünf holzstämme und dann hier nur holz drauf das ist ja easy okay dann machen wir hier schon mal das stroh dran na jawoll und hier so jetzt schauen wir noch mal schnell zählen wir noch mal alles zusammen vier 5 6 7 8 9 10 11 12 13 holzstämme eventuell wenn ich wenn ich das dach richtig gemessen habe ach so wir sind wir sind am morgen ich dachte das würde jetzt nacht werden aber wir sind gar nicht okay gut auch in ordnung zeige ich vergessen wie viel wir brauchen ich glaube 15 die fehlende musik die macht mich ganz kirre leute ich sag's euch wie es ist so mich wundert das ein bisschen dass der dass die scheune hier kein kein bretterdach bekommt okay ich habe sowieso falsch gerechnet aber scheune fertig sieht doch ganz fein aus bringt uns glaube ich nichts aber haben oder nicht haben das ist hier die frage okay dann machen wir hier noch mal einen holzschuppen es schadet nicht so machen wir den hierhin acht steinchen wunderbar so acht steinchen und dann nehmen wir gleich noch ein bisschen anderes zeug mit stroh haben wir noch genügend dabei denke ich und dann glaube ich geht es nach costovia wenn wir hier wieder fertig sind und wir geben alvin seinen bogen den wir extra gekauft haben für ihn so jawohl zack zack fertig easy peasy so was welche problemchen gibt es denn schon wieder ach probleme 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 wo problem holzschuppen hat ein problem ja das ist logisch aber irgendwo haben wir noch ein problem näherei haben wir kein problem landwirtschaft in der scheune haben wir ein problem da die rudolfina die ist beim upgrade raus geflogen die arme na sowas so da können wir jetzt den wassermenschen der dagobert der ist auch noch da ah das ist mein kind der soll arbeiten gehen oh ist noch zu jung zum arbeiten der dagobert und die tybalda die ist auch noch zu jung aber wir haben ja noch den brunnenmann den wasserträger den odolan und der odolan eignet sich hervorragend für den holzschuppen so dann hat ja ein bisschen mehr zu tun so produktion machen wir 50 50 würde ich sagen obwohl ne 20 prozent brennholz lassen wir den herstellen und rest ist holz perfekt wunderbar das passt doch ok hä ja der brunnen hat jetzt nichts mehr mensch das ist aber ärgerlich so jetzt aber jetzt ist hier ruhe ok dann können wir jetzt nach gostobia und alvin sein zeug bringen guten tag hallo 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 so let's fitz piep 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 macht mich nach der sack glaube es hackt ok gut das machen wir wieder im schnellverfahren also bis gleich warte mal was ist denn jetzt schon wieder los kein gegenstand dünger ja ja da kann ich jetzt nichts machen da kann ich jetzt nicht helfen bei diesem problemchen da müsste jetzt stark sein aber wie viel dünger haben die jetzt in dieser kurzen zeit durchgebracht das ist ja der wahnsinn oder mal ganz ehrlich ich habe doch am anfang der folge 30 dünger oder was eingelagert oder irgendwie sowas war es doch wahnsinn wahnsinn wie schnell die das durchbringen das zeug kommst du gar nicht mehr hinterher aber irgendwann wird das schon so jetzt müssen wir bald da sein ja da vorne sehen wir zumindest schon mal die Brücke warte mal hier liegt Loot oh oh manchmal frage ich mich ob ob sich das mit dem ganzen Dorfzeug eigentlich lohnt weißt du wenn ich mir das so anschaue was so auf der Straße liegt und was die Banditen so droppen da könntest du eigentlich auch einfach ein vagabunden Leben führen und dich von dem ernähren was die Straße so hergibt aber naja wär dann auch nicht ganz so spannend ne den ganzen Tag nur herumreiten aber naja ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt was mit Alvin passiert Tag die Damen Alvin Hallöchen Alvin 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 Alvin. So, pass auf. Hier hast du einen Recurve-Bogen, der eines guten Jägers würdig ist, der war kleiner und leichter zu tragen sein als der Langbogen. Aber mit ihm schießt du genauso kraftvoll, wenn nicht sogar kraftvoller. Das ist genau die richtige Waffe für eine Wiesent-Jagd. Das ist wirklich großzügig von dir. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich einen Wiesent aufspüren soll. Ich hab da so eine Karte. Aber ich muss wissen, wie ich Gisela beeindrucken soll, damit sie mich nicht gleich wieder davon jagt. Damit könntest du ausnahmsweise recht haben. Aber eins nach dem anderen. Ich werde dir ein letztes Mal helfen. Im Norden von Borowo haben Wiesenten im Weidegrund. Achte auf jedes noch so kleine Detail, wenn du ihn nachstellst. Ja, ich glaube, dass du das tun kannst. Deine Zukunft hängt davon ab. Ja, du kannst es machen. Glaube an das Herz der Karten, Alvin. Oh, warte mal. Ist Alvin jetzt weg? Ich glaube, Alvin ist weg. Ich glaube, Alvin verlässt uns jetzt. Um auf Jagd zu gehen. Ich glaube, das war's mit Alvin. Alvin! Mach's gut. Mein Freund. Du warst mein erster und einziger Freund hier. In diesen Landen. Ich werde dich vermissen. Ah! Oh! Ach, Alvin. Hallo! Hallo! So, erst mal hier den Birnenwein. Knüppelchen, Knüppelchen, Knüppelchen. Käse. Nachtsichtrank. Roggenbrot. Na, 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 na. Aber hey, oh nein, oh nein, jetzt habe ich die Eisenhacke versiedelt, aber brauchen wir eh nicht. Aber die Eisensinze, die ist nice, die behalten wir uns. Ich wollte die jetzt eigentlich nicht verkaufen, die Eisenhacke. Aber gut, auf der anderen Seite können wir uns dafür wiederum andere tolle Sachen holen. Willkommen. Hallo, Unigost. Tschüss, Unigost. Wow! Oh! Oh! Hey! Ha! Hoho! Wie geht's? Nur die besten Produkte hier. So, jetzt schauen wir mal kurz. Was hast du denn da? Ah, Pflaumenbaum. Steinsichel. Ja, wir könnten uns, wir könnten uns nochmal Dünger kaufen, aber auf der anderen Seite sollten wir eigentlich doch genug Dünger produzieren mittlerweile, oder? Also ich glaube, wir, wir produzieren genug. Dementsprechend würde ich lieber nochmal ein bisschen Tierfutter einkaufen. Man weiß nie, ob man es nicht doch braucht. Schäfer! Oh! Oh! Ja, ich weiß. Ich bin toll. Habe ich hier noch was? Oh! Ja! Ich habe hier noch einen Haufen drin. Das sollten wir eventuell noch kurz loswerden. Dem Pfand zurückbringen quasi. So, hier Pfand und Armbrust, ne? Gut, sonst habe ich nix mehr. Ne, das war's. Okay. Okay. Bisschen Geld geschnibbelt und geschnabbelt und dann geht's jetzt erstmal wieder nach Hause. Zu neuen Schandtaten. Also meine Lieben, bis gleich. Leute. Wir müssen leise sein. Pssst. 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 Da ist ein Banditenlager. Übrigens, gut, dass wir Tierfutter gekauft haben, ne? Da ist ein Banditenlager. Aber ohne Banditen. Ach, die sind schon tot. Ach, die habe ich schon gelootet. Ah, hier liegt doch noch ne Fackel. Mann, 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 dieser Bombardin. Da war er nicht gründlich genug. Okay. Gut, wir können wieder laut sein. Wuhuhuhu. Na gut. Ab nach Hause. Ich überlege gerade, was wir noch machen müssen. Eigentlich hätte ich mir ganz so viel jetzt erstmal. Äh, außer halt ausbauen, ne? Häuser bauen. Beeren müssen wir noch sammeln. Damit wir ein bisschen Verdorbenes wiederherstellen können im Kompost. Aber ansonsten, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Irgendwas haben wir noch zum Upgraden auch da, glaube ich. Aber das hat noch Zeit. So, jetzt gucken wir mal. Wo es wieder brennt in unserem Dorf. Offensichtlich an sehr vielen Stellen. So, hier ist noch was drin. Keine Ahnung, wo es mangelt. Aber ich werde jetzt einfach das Futter einlagern. Das schöne Tierfutter. So, 15 Stück habe ich gekauft. Und dann haben wir hier wieder den Dung. Den nehmen wir uns gleich mal mit. Und werden den verarbeiten. Und dann kann es da auch wieder weitergehen auf dem Feld. Schnauf, schnauf. Also es wird noch gearbeitet. Zumindest eine Person arbeitet hier noch. So, einmal Dünger bitte. Also eigentlich 63 Mal. Und dann kann es da auch wieder weitergehen auf dem Feld. So, das hätten wir. Die Kacka ist am Dampfen. Meine Damen und Herren, es hat sich ausgefegt. Schluss mit wilder Fegerei bei euch. Hier, Dünger. Arbeitet. Hopp, hopp. Ran an die Buletten. Ihr Lümmels. Der Kohl ist auf jeden Fall gepflanzt. Ja, die laufen halt jetzt komplett durch einmal, ne? Wo halt nötig. Aber irgendwo... Nee, 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 nee. Ist noch alles gut, glaube ich, ne? Passt. Passt, passt, passt. Wunderbar. Dann wurde in den Kommentaren auch noch vorgeschlagen, mach doch Schuhe aus Leder. Für... Für... Für Money, Money, Money. Ja, warum nicht, oder? Alternativ könnten wir natürlich zuerst noch den ganzen Flachs... Aber der wird eh gemacht. Der Flachs wird eh gemacht. Dann nehmen wir doch mal das Leder hier in die Hand. Und gucken mal. Wegen Schüchen. Hier will ich jetzt erstmal niemanden abziehen. So, Schuhe. Dann gucken wir mal. Leder 12. Leder 8. Einfache Schuhe. Hopp. Zusammen zwiebeln. Auf geht's. Dauert auch nicht so lange. Aber irgendwo haben wir noch Problemchen beim Arbeiten, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken, was da los ist. Irgendwas stimmt da doch nicht. Irgendwo hapert's noch hier im Dörfchen. So, gucken wir mal. Bei der Schmiede. Kein Material. Ja, das ist immer... Für Steinexte. Die Stöcke fehlen. Moment. Kann das sein? Holzschuppen. Schauen wir mal. Sechs werden hergestellt. Neun werden hergestellt. Nichts wird hergestellt. Sind offensichtlich zu wenig Stöckchen. Hm. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal mit der Stockproduktion nach oben. Machen wir 30-30. 20-20. Damit's hier auch weitergehen kann. Schnauzekind. So. Erfolgreicher Tag wieder gewesen, würde ich sagen. Ich glaube, wir können heute wieder regulär schlafen gehen. Ist der Wahnsinn, oder? Wer hätte das geglaubt? Ach ja, jetzt ist Alvin weg, ne? Ich werde ihn ein bisschen vermissen. Auf der anderen Seite waren seine Quests auch ein bisschen bescheuert. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt beleidigt. Gibt's noch irgendwelche Quests, die tatsächlich was bringen? Jetzt mal abgesehen von der Hauptquest. Falls ja, schreibt's mir mal in die Kommentare. Also so richtige Nebenquest-Stories, meine ich. Und damit meine ich jetzt nicht die Unigost-Dauer-Geschichte und auch nicht die Hauptquest-Geschichte, ne? Sondern gibt's nochmal so eine Art Alvin-Geschichte? So. Gut. Wie viele Bärchen haben wir? 215. Jawohl. Die hauen wir alle weg. Die wandern alle in den Kompost. Damit wir nächste Saison wieder was haben, im Herbst. Da machen wir wieder Großanbau. Weizen vor allem dann. Und ich glaube, wir können dann noch irgendwas anders anbauen, ne? So, aber meine Lieben, das soll's wieder gewesen sein für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich glaube, ich werde heute guten Gewissens einfach schlafen gehen wieder. Ich werde heute Nacht nichts arbeiten. Weil aktuell, finde ich, sieht's hier so aus, als ob wir echt gut zurechtkommen. Also ich glaube, es ist einfach schlicht und ergreifend gerade nicht mehr notwendig, dass wir jetzt die Nächte durchrackern. Deswegen werde ich das glaube ich künftig lassen, werde brav schlafen gehen und mir nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen. Nächste Folge dann, wahrscheinlich Hausbau. Ich weiß noch nicht genau. So ein paar Leute nochmal holen. Ich meine, es macht ja Sinn, dass du dir so schnell wie möglich die Leute holst, weil die skillen ja währenddessen, ne? Und wenn du dir die Leute schnell holst, dann kriegen die auch schneller die Skills und dann sind die schneller effizienter und du kannst dich schneller über Fortschritt freuen. Das ist doch was, oder? So, aber jetzt machen wir Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben. Ciao. Ciao.